der nutzlose baum der zimmermann shi ging nach chi yi und als er nach krummschacht kam sah er eine gezackte eiche neben dem dorfschrein stehen sie war breit genug um mehrere tausend ochsen zu beschatten und überragte mit ihren hundert spannweiten die hügel die untersten äste befanden sich in einer höhe von achtzig fuß über dem boden und ein dutzend von ihnen hätte man zu boten umbauen können es gab so viele schaulustige dass der ort wie ein jahremarkt aussah aber der zimmermann schaute sie nicht sich nicht einmal um und ging weiter ohne stehen zu bleiben sein lehrling aber stand lange da starrte vor sich hin dann lief er dem zimmermannsmeister shi hinterher und sagte seit ich das erste mal meine axt in die hand genommen habe bin ich euch gefolgt meister aber ich habe noch nie so schönes holz gesehen wie dieses aber ihr macht euch nicht einmal die mühe hinzuschauen sondern geht einfach weiter ohne anzuhalten warum ist das so vergiss es sag nichts mehr meinte der zimmermann das ist ein wertloser baum wenn man boote daraus macht sinken sie wenn man särge daraus macht verfaulen sie in kürzester zeit wenn man schiffe daraus baut zerbrechen sie auf der stelle wenn man ihn für türen verwendet wird es nass wie eine kiefer und saugt sich voll wenn man ihn für pfosten verwendet fressen sie die würmer auf das ist kein nutzholz baum es gibt nichts wofür er verwendet werden kann deswegen ist er so alt geworden später als der zimmermann nach hause gekehrt war erschien ihm der geist des alten baums im traum um ihn in eine ansprache zu halten womit vergleichst du mich vergleichst du mich etwa mit all diesen nützlichen bäumen dem kirschapfel der birne der orange der zitrone all die anderen fruchttragenden bäume und sträucher sobald ihre frucht reif sind werden sie auseinander gerissen und misshandelt ihre großen gliedmaßen werden abgebrochen ihre kleinen gliedmaßen werden heruntergerissen ihre nützlichkeit macht ihnen das leben schwer und so können sie die jahre die der himmel ihnen geschenkt hat nicht zu ende leben sondern werden mitten auf dem weg abgeschnitten sie haben sich das selbst zuzuschreiben das ziehen und reißen des gemeinen pöbels und so verhält es sich auch mit allen anderen dingen was mich betrifft so habe ich lange zeit versucht nutzlos zu sein und obwohl ich fast gestorben wäre habe ich es endlich geschafft das ist von großem nutzen für mich denn wenn ich zu etwas nütze gewesen wäre wie wäre ich dann jemals so groß geworden außerdem sind wir beide etwas eigenes was hat das für einen sinn wenn ein eigenes ein anderes eigenes verdammt du ein wertloser man der im begriff ist zu sterben was willst du davon wissen dass ich ein wertloser baum bin